Riyad Shaban Fejzic, 1977-1955, Rahimahullah. Riyad Fejzic wurde das letzte Mal fotografiert, als er elf Jahre alt war. Er war das einzige Kill von Shaban und Shabaheta, einer guten Familie aus Srebrenica. Er wollte unbedingt, dass der Krieg zu Ende kommt, damit er seine Bildung weiter fortführen kann. Als das Essen knapp wurde und die Familie nun ebenfalls Shabahetas Bruder und Mutter hauste, mussten sie von nur einem Kilogramm Mehl am Tag leben. Riyad hat stets sein Essen verweigert und es seinen Eltern gegeben. Am 11. Juli gingen sie nach Tuzla. Als die Bomben einschlugen, entschieden sie, dass Shaban weitergehen sollte. Als sie die Grenze erreichten, wurde Riyad befohlen, nach rechts zu gehen. Sabaheta nahm ihren Sohn, aber wurde zurückgeschlagen bei den Soldaten. Riyad hat sich zu Sabaheta umgedreht und sagte einfach, Mutter, geh. Riyad Faisic wurde bisher nicht identifiziert. Diese zwei Schulbücher wurden von seiner Mutter gegeben zur Ausstellung. Möge lang mit ihm beim Herzig sein. Amen.